Sie haben gesagt, wir haben diskutiert erstmal, warum subventionieren wir die Nahrungsmittelpreise. Ich habe vorhin schon mal gesagt, wir können uns nicht in den Wohlstand subventionieren. Was wir machen müssen, ist, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen alle, gerade die tieferen Einkommen, mehr Geld in der Tasche haben. Das ist das Problem. Wenn wir jetzt einfach anfangen, die Gehälter zu erhöhen, dann kommen wir zu Ihrem Szenario. Das finde ich zynisch. Dann klicken wir mal, lass mich nochmal aussprechen. Wir haben noch reden sehr lange schon, aber es regt mich auf, muss ich sagen. Das regt mich auf, muss ich sagen. No!